Elite-Kräfte des Moskauer Spezialeinsatzkommandos Zobr-Bulat. Zobr steht für schnelle Reaktionskräfte. Bulat für Stahl. Das SEK gehört zur russischen Garde. Die Garde ist verantwortlich für die innere Sicherheit Russlands mit mehr als 100 Spezialeinheiten. Die meisten bestehen aus Elite-Kämpfern. Die Haupteinsatzgebiete des Spezialeinsatzkommandos, organisierte Kriminalität und Terrorismus. Training am Stadtrand der Millionenmetropole Moskau. Die Männer simulieren den Sturm eines Hochhauses. Nur ständiges Üben bringt die nötige Selbstsicherheit und Ruhe für den Ernstfall. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Männer ihre Gesichter nicht zeigen. Das Wichtigste ist, dass alle genau den Anweisungen des Einsatzleiters folgen. Der Rest ergibt sich dann schon. Improvisationskunst, Reaktionsschnelligkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Über diese Eigenschaften müssen die Elite-Polizisten der Sobre Bulat verfügen. Dazu kommt natürlich körperliche Fitness. Manche Männer sind so gut wie nie mit sich und ihren Kameraden zufrieden. Wir müssen mehr trainieren, mehr Flüge und Zugriffe üben. Wir müssen schneller die Kampfpositionen einnehmen. Alles muss perfekt ablaufen, wie bei einem richtigen Einsatz. Die Sobre Bulat ist in Tsiolkova bei Moskau stationiert. Im Zentrum für Spezialkräfte der russischen Garde. Sport ist extrem wichtig. Trainiert wird jeden Tag. Nach Möglichkeit ein oder zwei Stunden. Die Männer der Moskauer Elite-Einheit sind zwischen Anfang 20 und Ende 40. Dienen dürfen sie, solange sie geistig flexibel und körperlich fit sind. Beides wird regelmäßig überprüft. Hier üben die Elite-Polizisten den Sturm auf einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Polizei, hinlegen! Polizei, hinlegen! So kann man eine Wohnung stürmen, in der sich Geiseln befinden. Dabei geht es um maximale Schnelligkeit, um den Überraschungseffekt. Was macht ihr, wenn ihr Terroristen festnehmen müsst? Terroristen muss man aus der Reserve locken. Dann können Scharfschützen oder auch Mörser eingesetzt werden. Du musst die Terroristen etwa aus dem Gebäude drängen, um leichter mit ihnen fertig zu werden. Die nächste Übung. Zwei Polizeifahrzeuge blockieren den Zielwagen in der Mitte. Es gilt, Tatverdächtige im Straßenverkehr festzunehmen. Damit hat es die Söberbulat häufig zu tun. Immer wieder trainieren für den Ernstfall, damit jeder Handgriff sitzt, wenn es drauf ankommt. Danach folgt die Manöverkritik. Das müssen wir noch üben. Worauf kommt es dabei an? Wichtig sind eingespielte Abläufe. Jeder muss wissen, was er zu tun hat. Synchrones Handeln. Selbstüberschätzung ist Gift. Egal wie gut sie vorbereitet sind, die Polizisten geraten immer wieder in brenzlige Situationen, die Improvisation erfordern. Einsatzbilder aus Moskau. Spezialkräfte der Söberbulat blockieren einen Pkw mit mutmaßlichen Schwerkriminellen. Die treten aufs Gas. Kugeln durchlöchern die Reifen des SUVs. Doch selbst die Schüsse können die Zielpersonen nicht aufhalten. Mitten im Stadtzentrum beginnt eine filmreife Verfolgungsjagd. Jetzt sind die Sprintqualitäten der Elite-Polizisten gefragt. An diesem Kloster ist Schluss. Die drei Männer sollen innerhalb der letzten eineinhalb Jahre mehrere Geldtransporter überfallen haben. Ihre Beute? Insgesamt mehr als fünf Millionen Euro. Am Fluchtauto sind deutlich die Einschusslöcher zu sehen. Die Söberbulat setzt Schusswaffen in der Regel als letztes Mittel ein. In diesem Fall, um die flüchtigen Tatverdächtigen zu stoppen. Im Wagen liegen Pistolen und Perücken. Die Männer hatten offenbar vor, wieder einen Geldtransporter zu überfallen. Sind Sie vorbestraft? Nur in meiner Jugend. Wofür? Autodiebstahl. Was haben Sie in diesem Wagen gemacht? Nichts, saß nur drin. Warum haben Sie Gegenwehr geleistet? Habe ich nicht. Ich habe mich erschrocken und bin weggerannt. Warum haben wir sie festgenommen? Ich habe keine Ahnung. Sagen Sie Ihren Namen. Bin ich ein Schauspieler oder was? Nehmt die Kamera weg. Die Spezialkräfte bleiben vor Ort. Aus Sicherheitsgründen werden sie die Verdächtigen später aufs Polizeirevier bringen. Keiner der mutmaßlichen Schwerverbrecher will allerdings etwas mit den Überfällen zu tun haben. Ich bin erst vor kurzem hier angekommen. Woher kommen Sie? Aus Duschambe. Was machen Sie in Moskau? Ich will Freunde besuchen, vielleicht einen Job finden. Was haben Sie in dem Wagen gemacht? Nichts. Ich war da mit meinen Freunden. Keine Ahnung, was man mir vorwirft. Ich weiß nicht, was mich da dritten hat. Ich weiß nicht. Die Ahnungslosigkeit vieler Krimineller endet schlagartig, sobald einer von ihnen zu reden beginnt. Dann ist es mit der Freundschaft oft schnell vorbei. Am Ende geht es nur noch darum, die Höhe der Gefängnisstrafe durch Kooperation zu verringern. Zurück im Hauptquartier. Die Sobre Bulat macht sich bereit für den nächsten Einsatz. Sorgfältig checken die Elite-Polizisten ihre Ausrüstung. Sie ist ihre Lebensversicherung. Die Platten gibt es in verschiedenen Stärken. Vier Millimeter, doppelt so dick wie die hier. Zwei Millimeter. Welche nimmst du heute? Die dicken Platten. Vier Millimeter, wie immer. Mit diesen Platten halten die schusssicheren Westen Kalaschnikow-Kugeln stand. Die Spezialkräfte sollen eine Bande von Schutzgelderpressern festnehmen. Neben ihren Dienstpistolen setzen sie vor allem zwei Waffentypen ein. Dieser Polizist trägt eine Maschinenpistole SR2. Und was hast du? Eine AK-74. AK steht für Avtomat Kalaschnikova. Die Standardwaffe vieler russischer Spezialeinheiten. Wer in die Sobre Bulat aufgenommen werden will, muss zuvor umfangreiche Tests absolvieren. Wir machen einen Lügendetektortest. Der spielt eine zentrale Rolle. Psychologen werten das Ganze aus. Das ist wichtig, weil kaum jemand freiwillig die komplette Wahrheit über seine Vergangenheit sagt. Ungereimtheiten fliegen sofort auf. Wir bekommen dadurch ein gutes Bild von dem Kandidaten. Dazu kommt der medizinische Check. Wenn auch gesundheitlich alles passt, wird am Ende noch die Fitness überprüft. Nur wenn ein Kandidat alle Tests besteht, wird er aufgenommen. Man kann ja schließlich nicht jedem eine Waffe in die Hand drücken. Die Männer laden gepanzerte Schilde, Bolzenschneider und Leitern in ihre Fahrzeuge. Im Einsatz muss die Spezialeinheit auf jede Eventualität vorbereitet sein. Die Sobre Bulat rückt aus, um in der nahegelegenen Stadt Serpukhov bewaffnete Schutzgelderpresser festzunehmen. Die Verdächtigen sollen Geschäftsleuten mit Gewalt drohen, wenn diese nicht zahlen. Mehr wissen die Elite-Polizisten noch nicht. Details bekommen sie vor Ort von der Kriminalpolizei. Das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir uns blitzschnell auf jede Lage einstellen müssen. In dieser Einheit dienen nur Offiziere. Und ein Offizier muss jederzeit umdenken und Verantwortung übernehmen können. Für uns ist das Alltagsgeschäft. Wir haben für jede Situation einen Ablauf. Serpukhov liegt rund 100 Kilometer südwestlich von Moskau. Eine Stadt mit etwa 120.000 Einwohnern. Die Polizisten halten in einem Waldstück am Stadtrand, um sich unentdeckt fertig zu machen. Ich habe heute die Maschinenpistole SR2 dabei. Damit bist du in der Stadt besser aufgestellt als mit einer Langwaffe. Mit diesen Dingen kannst du wesentlich schneller reagieren als mit einem Gewehr. In zwei Teams fahren die Männer weiter zum Einsatzort in einem Wohngebiet. Die Männer des SEK wollen die Erpresser direkt bei der Geldübergabe festnehmen. Einer der Verdächtigen soll bewaffnet sein. Auf dem Gelände dieser Baufirma legen sich die Elite-Polizisten auf die Lauer. Sobald die Zivilfahrender das Go geben, werden sie zugreifen. Die Schutzgelderpresser sind äußerst vorsichtig. Möglicherweise ahnen sie, dass sie observiert werden. Guter, kommen. Team 2 hört. Rubin an den Guten. Ich höre. Hat in eurer Nähe ein Auto angehalten? Nein. Bleibt sitzen. Kann sein, dass sie den Übergabeort beobachten lassen. Verstanden. Nach drei Stunden fehlt immer noch jede Spur von den Schutzgelderpressern. Was ist jetzt los? Das war's für heute. Gib mir mal meine Sachen. Die Zivilfahnder blasen den Einsatz ab. Die Schutzgelderpresser scheinen von der Polizeiaktion Wind bekommen zu haben. Genaueres weiß aber noch niemand. Es kann unzählige Gründe geben, warum das nichts geworden ist. Wahrscheinlich haben die Erpresser und der Geschädigte sich nicht einigen können. Mehr weiß ich zurzeit auch nicht. Vermutungen gibt es viele. Die Männer nutzen die freie Zeit, um sich zu erholen. Sie nehmen es locker. Pleiten gehören zum Job. Zurück zum Zentrum für Spezialeinheiten der russischen Garde. Der nächste Einsatz kann jederzeit kommen. Das hängt davon ab, wie viele Anfragen der Kriminalpolizei und des Inlandsgeheimdienstes FSB eingehen. Wer nicht im Einsatz ist, trainiert. Rumsitzen sei Gift für die Männer, sagen die Chefs der Sobre Bulat. Umdrehen, Schuss, in die Hocke, Schuss, auf die Knie, Schuss. Jeder macht einen Durchgang. Alles klar? Gut, los! Wenn jemand im Einsatz leichtfertig rumballert, muss er mit scharfen Konsequenzen rechnen. Russische Spezialeinsatzkommandos dürfen nur im äußersten Notfall zur Waffe greifen. Mit Dieben oder anderen Kleinkriminellen hat man es recht einfach. Die leisten in der Regel keine Gegenwehr. Terroristen oder andere Schwerverbrecher wie Mörder halten immer öfter mit Waffengewalt dagegen. Da ist eine klare Tendenz zu sehen. Sie versuchen, möglichst viele Gegner mit in den Tod zu ziehen. Die Elite-Polizisten trainieren die verschiedensten Einsatzszenarien. Sie bezeichnen die Sobre Bulat als Skalpell. Woher kommt die Bezeichnung Skalpell? Wir sind wie das Werkzeug eines Chirurgen. Wir schlagen Ziel genau zu. Nicht wie eine Armee zum Beispiel, die ihre Angriffe oft streut. Wir stürmen, greifen zu und fertig. Wir üben zwar auch das Abseilen. Wir trainieren in den Bergen, führen großflächige Übungsgefechte. Aber spezialisiert sind wir auf den Sturm. Wir gehen nach rechts. Bereit? Ja. Ziel. Ziel. Jeder Sturm-Trupp muss lernen, vollkommen synchron zu agieren. Die Männer müssen sich blind verstehen. Ziel. Nach rechts. Ziel. Vorwärts. Waffe nach oben. Ziel rot. Ich schieße. Rot bedeutet, dass das Magazin leer ist. Wurdest du schon mal verwundet? Ja. Wie? Angeschossen. Wo? In die Beine. War es ernst? Zum Glück waren keine schweren Operationen notwendig. Wie lange bist du ausgefallen? Nicht lange. Zweieinhalb Wochen. Und dann sofort wieder zum Dienst. Die Männer betonen immer wieder, dass sie gar nicht hart genug trainieren können. Unsere Leute müssen mit jeder Situation zurechtkommen. Denn das Leben wirft einem alles Mögliche vor die Füße. Ausnahmesituationen verlangen außergewöhnliches Denken und Handeln. Wir müssen psychisch und körperlich absolut fit sein, um damit umgehen zu können. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstbeherrschung. Die Sobre Bulat rückt wieder aus. Die genaue Stärke dieses Spezialeinsatzkommandos unterliegt der Geheimhaltung. Es dürften um die 200 Mann sein. Die Größe eines Einsatztrupps hängt von der Aufgabe ab. Manchmal reichen vier Elite-Kämpfer, manchmal sind es 20 oder mehr. Was ist denn in dem Koffer? Bolzenschneider. Werkzeug, um Türen zu öffnen. Keine Eile. Wir haben Zeit. Wie lange machst du das schon? 15 Jahre. Spürst du noch Adrenalin? Nein, nicht mehr. Ich habe inzwischen viel Erfahrung. Vor zehn Jahren war ich noch aufgeregt. Ihr kriegt nur wenige Informationen, bevor es losgeht. Warum weihen euch die Zivilfahnder nicht sofort komplett ein? Die Fahnder befürchten, dass ihre Pläne sonst durchsickern könnten. Bisher wissen die Männer nur, dass sie es mit einer Bande zu tun bekommen, die mehrere Raubüberfälle und Einbrüche begangen haben soll. Der Zugriff soll an unterschiedlichen Orten gleichzeitig erfolgen, nachts, wenn die Zielpersonen schlafen. Es gilt, den Überraschungseffekt zu nutzen. Die Elite-Polizisten treffen sich mit Zivilfahndern an einer Tankstelle in der Nähe des Einsatzortes, um Details zu klären. Die Fahnder dürfen nicht gefilmt werden. Gemeinsam fahren sie zum Einsatzort. Erst muss klar sein, dass alle Bandmitglieder zu Hause sind. Zeitgleiches Zugreifen ist wichtig, damit kein Verdächtiger von dem Einsatz Wind bekommt und das Weite sucht. Wir warten jetzt auf das Kommando der Fahnder. Dann werden wir durch das Fenster reingehen, mit einer Leiter. Unsere Zielperson ist im ersten Stock. Alles klar. Wir sind bereit. Sergiev Passat, eine russisch-orthodoxe Pilgerstadt am historischen Goldenen Ring. 70 Kilometer außerhalb von Moskau. In einer Wohnsiedlung am Stadtrand lebt einer der Verdächtigen. Wozu brauchst du das Licht? Das zeigt mir das Ziel an. Die Elite-Polizisten warten an unterschiedlichen Orten auf den Einsatzbefehl der Zivilfahnder. Kein Licht, absolute Ruhe. Nichts soll die Anwesenheit des Spezialeinsatzkommandos verraten. Es bleibt dabei, dass wir durch das Fenster reingehen. Über die Leiter hoch und die Scheibe zerschlagen. Einer von uns wird draußen warten und uns Deckung geben. Der Rest ergibt sich dann, je nach Lage. Wir sind in der Lage, wo wir stehen. Es vergehen vier Stunden. Morgengrauen. Noch immer kein Einsatzbefehl. Irgendetwas ist wohl schiefgelaufen. Die Zivilfahnder halten sich bedeckt. Geduld. Warten. Ruhe bewahren. Jederzeit bereit sein zum Zugriff. Eine Nervenprobe. 18 Stunden später. Die beiden Sturmtrupps der Sobre Bulat wurden wegen der langen Wartezeit abgelöst. Frische Kräfte herangezogen. Inzwischen sind alle Tatverdächtigen zu Hause. Die Zugriffe werden an zwei Orten gleichzeitig erfolgen. Der Plan hier. Ein Stieg durch das Fenster. Doch plötzlich ändern die Zivilfahnder ihr Vorgehen. Sie wollen möglichst wenig Staub aufwirbeln. Keine kaputten Fenster. Stattdessen versuchen sie, den Tatverdächtigen auszutricksen. Ich bin's, dein Nachbar. Irgendwas brennt hier. Mach auf. Was brennt? Irgendwas vor deiner Wohnung kokelt. Keine Reaktion. Die Spezialkräfte wollen schon über das Fenster rein. Doch dann geht die Tür auf. Polizei, hinlegen. Hände hinter den Kopf. Ruhi zauber. Links sauber. Kontroll. Links sauber. Sauber. Der Zugriff noch einmal aus einer anderen Kameraperspektive. Die Festnahme ist eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. Die Freundinnen des Tatverdächtigen. Niemand hier hat mit dem Zugriff der Sobre Bulat gerechnet. Auch der parallel geführte Einsatz verläuft planmäßig. Hände auf den Rücken. Andere Hand. Haben Sie hier andere Waffen? Sprengstoff, Drogen oder andere verbotene Gegenstände? Die Zivilfahnder suchen nach Beweismitteln. Hehlerware. Beine anziehen. Aufrichten. Wie heißen Sie? Küssen Sie auf Dimitriani. Geburtsdatum? 23. Juni 94. Wo geboren? In Sergeyev Passat. Anschrift? Moskauer Straße 88. Wer wohnt noch hier? Meine Freundin. Vorbestraft? Ja, Paragraf 188, Absatz 2. Leg ihn ab. Die Spezialkräfte gehen nicht gerade zimperlich vor. Paragraf 188, Absatz 2 regelt das Strafmaß für Schmuggel. Heute geht es allerdings um andere Vergehen. Der Mann und seine Komplizen, zu denen wohl auch seine Freundin zählt, sollen mehrere Raubüberfälle und Einbrüche in großem Stil begangen haben. Der Tatverdächtige wird aufs Polizeirevier gebracht. Verhör, Untersuchungshaft, Gerichtsverfahren. Dann vermutlich zwischen 5 und 10 Jahren Straflager. Während die diensthabenden Sturmtrupps der Sobrbolat Verbrecher jagen, trainieren ihre Kameraden nächtliche Feuergefechte. Immer in Bewegung bleiben. Die Devise der Elitekämpfer, wer rastet, der rostet. Ziel geradeaus. Ziel! Was im Schießstand bei Tageslicht klappt, muss auch draußen im Dunkeln funktionieren. Absolute Synchronität. Zwei Männer müssen sich wie eine Einheit bewegen. Das sieht alles so einfach aus. Ist es aber nicht. Die Männer sollen praktisch miteinander verschmelzen. Wichtig sind Schrittlänge und Rhythmus. Wenn dem Vordermann schlecht wird oder er verwundet wird, kann er sich zurückfallen lassen und auf dem Knie seines Kameraden Halt finden. Die Männer müssen jetzt in totaler Dunkelheit ihre Ziele finden. Für die Spezialeinheit ist es wichtig, immer auf dem technisch neuesten Stand zu sein. Denn ihre Gegner, Kriminelle und Terroristen rüsten ihrerseits ständig auf. Die Tendenz geht stark zu Wärmebildkameras. Vor allem für Scharfschützen und Maschinengewehre. Wir testen da immer wieder neues Equipment und entwickeln uns weiter. Wir dürfen die Zukunft nicht verschlafen. Hightech hilft uns extrem in unserem Job. Der nächste Einsatz für das SEK. Mord aus Habgier. Eine dreiköpfige Bande wollte einen Heroin-Dealer ausnehmen, der sich geweigert hatte zu zahlen. Daraufhin haben ihn die Erpresser totgeprügelt. Die bevorstehende Operation wird schwierig. Das Haus ist durch einen vier Meter hohen Zaun geschützt. Aber wir kriegen das schon hin. Ein zweites Team soll eine Wohnung stürmen. Da wird die Adresse gerade noch geklärt. Und ein drittes Team greift in Murmansk zu. All das soll gleichzeitig passieren. Das ist der Kopf der Bande. Diese Frau hatte wohl ursprünglich die Idee, den Dealer zu erpressen. Vom dritten Tatverdächtigen aus Murmansk haben die Spezialkräfte hier kein Foto. Sie nehmen wir uns in der Wohnung vor. Ist die auch am Stadtrand? Nein, im Zentrum, an der Metrostation Weißrussischer Bahnhof. Sie war wohl die Fahrerin und auch an dem Mord beteiligt. Mehr wissen wir noch nicht. Das Mordopfer. Ein 21-jähriger Mann aus Moskau. Er soll mit Heroin gehandelt haben. Wenn wir vor der Operation die Adresse bekommen, fahren wir hin und schauen uns das Objekt an. Gibt es Kameras? Auf welcher Etage gehen wir rein? Sind die Fenster vergittert? Wie ist die Lage? Das Haus des Bandenchefs ist von einem hohen Zaun umgeben. Eine Gruppe wird an dieser Ecke rüberklettern. Eine datschen Siedlung bei Ljuberzi, etwas außerhalb der russischen Hauptstadt. Die Soberbulat muss diesen Zaun überwinden. Vier Meter hoch. Hinter dem Zaun das Zielobjekt. Es ist 1.30 Uhr in der Nacht. Die Spezialkräfte wollen an drei Orten gleichzeitig zugreifen. Ljuberzi, Moskauer Stadtzentrum, Murmansk. Ljuberzi, Moskauer Stadtzentrum, Murmansk. Dabei gehen sie nicht stur nach Plan vor. Sollte sich die Lage plötzlich verändern, passen die Elite-Polizisten ihr Vorgehen an. Letzte Abstimmung mit den Zivilfahndern. Dann geht es los. Musik Gruppe 1 geht über die linke Seite rein. Gruppe 2 durch ein Loch bei der Garage. Gruppe 3 wartet, bis ihr die Kollegen die Tür öffnen. Die Männer bewegen sich möglichst lautlos und ohne Licht. Um das Überraschungs-Moment auf ihrer Seite zu haben. Halt! Polizei! Hinlegen! Hinlegen! Schnell! Hände nach oben! Hände auf den Rücken! Name! Volkov! Was? Volkov! Vorname! Dimitri! Geburtsjahr! 1990! Was machen Sie hier? Ich bin zu Besuch bei meinem Bekannten. Was haben Sie mit dem Eigentümer zu tun? Was? Was Sie mit ihm zu tun haben? Er ist mein Bekannter. Ein Bekannter? Igo ist einfach nur ein Bekannter. Nachname! Wessen? Des Eigentümers! Kuznikow! Kennen Sie den? Nein! Sag nochmal den Nachnamen des Eigentümers! Lars-Ev! Ich hab mich gegen ihn geirrt! Lars-Ev! Der Eigentümer des Hauses ist der mutmaßliche Kopf der Mörderbande. Er war in einem anderen Zimmer. Die Spezialkräfte haben ihn im Schlaf überrascht. Der Mann im Schwimmbad ist wohl tatsächlich nur ein unbeteiligter Bekannter. Er kommt aus der Ukraine und hat offenbar einen Schlafplatz gebraucht. Lars-Ev! hat ihn bei sich übernachten lassen. Der zweite und dritte Zugriff finden zur selben Zeit statt. Im nordrussischen Murmansk und hier, im Zentrum der Millionenmetropole Moskau. Polizei! Hinlegen! Alle hinlegen! Liegen bleiben! Hände hinter den Kopf! In dieser Wohnung geht der Sabre Bulat, die zweite tatverdächtige Person, ins Netz. Es ist diese junge Frau, der gerade die Handschellen angelegt werden. Von ihr stammt wohl die Idee, den Heroindealer zu erpressen. Die 22-Jährige soll auch direkt am Mord beteiligt gewesen sein. Zivilfahnder suchen nach Beweismitteln. Die dunkelhaarige Frau ist offenbar nur eine Bekannte, die mit dem Mord nichts zu tun hat. Inzwischen wurde auch der dritte Tatverdächtige in Murmansk festgenommen. Zurück in der datschen Siedlung außerhalb von Moskau. Der mutmaßliche Kopf der Bande leugnet, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Igor Nikolaevich. Ja, das bin ich. Und wer sind Sie? Mordkommission. Das müsste Ihnen klar sein. Nein. Sie haben keine Ahnung, warum wir hier sind? Nein. Traurig. Die Spezialkräfte durchsuchen die anderen Räume des Hauses. Er konnte keinen Widerstand leisten. Der hat nicht mit uns gerechnet. Jetzt durchsuchen wir das Haus nach weiteren Personen und verbotenen Gegenständen. Weiter geht's. Alles klar, wir arbeiten. Mit verbotenen Gegenständen meint der Einsatzleiter Waffen und Drogen. Der mutmaßliche Boss der Mörderbande und seine beiden Komplizen müssen sich vermutlich auf einen langen Aufenthalt im Straflager einstellen. Sein Übernachtungsgast wird wohl bald wieder freikommen. Die Elite-Polizisten der russischen Garde tauchen von einem Verbrecher-Sumpf in den nächsten. Ob Mörder, Bankräuber, Dealer, Diebe, manchmal auch Terroristen. Das Gefährlichste, was eine Gesellschaft zu bieten hat, ist für die Spezialkräfte der Sober Bulat Alltagsgeschäft. Das Gefährlichste, was eine Gesellschaft zu bieten hat, ist für die Spezialkräfte der Sober Bulat.